Willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Wir sind immer noch in der Stadt. Wir sind immer noch dabei. 55 Messermeister wäre, glaube ich, so das Hilfreichste. Wir sind immer noch in der Stadt, immer noch dabei, uns durch die Banditen zu kämpfen. Ich wollte es gerade sagen, das sieht doch auch schon wieder so aus. Okay, wir müssen dann wohl da rein. Okay, wir müssen dann wohl da rein. Okay. 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 Auf jeden Fall alles einsammeln. Okay. 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 Ich vermute mal, wir müssen gleich wieder irgendwo hinschwimmen. Ich habe auch schon gesehen, was wir holen müssen. Wir müssen nur gucken. Nicht, dass es hier noch Dinge gibt, die man mitnehmen kann. Okay. Aber hier sieht man, das ist ja nicht so wirklich. Nein. Ich bin direkt dran. Ich brauche keinen Hinweis. Ja. Es sind noch mal 10. Hier noch irgendwas? Boah, der Song war gerade ein bisschen eiklaut. Holy crap. So, die gute alte Euro-Palette. So, die. Oh. Wait, here. So, what is that all about? Oh, okay. Oh, okay. I want to see here. There is probably still stuff. A Flasche. I usually find a way out now. Oh. This place stinks. The woods are rotten. Did you go to coffee shops a lot? I did. All the time. And what would you get? Just coffee. Sorry. Was sonst? Okay, dann gucken wir mal. Gibt es hier noch was? Okay, geht noch weiter hoch. Fangen wir hier an. Yo. Verstecknotiz. Heute Abend geht es los. Wir nehmen den östlichen Kontrollpunkt. Ich habe ein paar Vorräte in den Regalapartments versteckt. Sie sind mit einem roten X markiert. Alles klar. Das haben wir ja schon gesehen. Noch Pillen. Wir können immer noch nichts bauen. Wir können immer noch nichts bauen. Und wir können noch weiter hoch. Oder auch nicht. Und dann hier noch tauchen. Oder auch nicht tauchen. Okay. Hier können wir nicht tauchen. Versuch was wert. Das mit dem roten X. Was? Ich muss das einfach nachkontrollieren. Kann man da irgendwie rein? Vielleicht oben drüber. Klettern ist nicht drin. Okay. Der Weg war umsonst. Aber es war ein Versuch wert. Man weiß ja nie. Oder habe ich oben vielleicht was übersehen? Vielleicht kann man ja da irgendwie irgendwo durch. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Weil die Fenster hier auch offen sind. Okay. Ein Fenster ist offen. Aber da kommen wir nur auf den zurück. Okay. Passt. The Hotel Grand. Das heißt, wir suchen die Kombination. Als erstes suchen wir die Kombination. Amo? Für irgendwas? Ich würde erstmal ein Medikit bauen. So, da wir da zwei haben. Oh ja. Das wäre einer der großen Nachteile einer Apokalypse. Kein Kaffee mehr. Eine Leiter. Da liegt was. Das heißt, wir stellen die Leiter erstmal da drüben ab. Das sind nochmal zehn. Das ist sehr gut. Das sind wahrscheinlich hier drüben. Da drüben. Ja. Da drüben. Ja. Oder? Ja. Was haben wir hier? Nachricht an die Belegschaft. Und die Combo. Jawoll. An alle Mitarbeiter. Die Kombination des Saves für Wertsachen der Gäste wurde geändert. Die neue Kombination ist 22 10 56. Und die Katze läuft hier rum. Ne? So, das heißt zum Safe zurück erstmal. Wo war der? Da war der hinten. Ha, Messer verbessert. Die Haltbarkeit einer Klinge zu erhöhen, kann sich als wichtig erweisen, wenn Ersatz nicht oder nur begrenzt verfügbar ist. Sehr gut. Okay, mehr Zeug haben wir nicht. 65 haben wir jetzt schon, das ist gut. Ich muss gerade kurz die Katze vom Mikro weg tun, damit die da keine Nebengeräusche erzeugt. So, dann können wir weiter. Okay, it's time to lighten the mood. Yay, Witzzeit. I tried to catch some fog earlier. I missed. Do you know what's not right? Left? Ja, das ist großartig. Was sagt ein Pirat als Sushi, während sie essen? Ich weiß nicht was. Ahoy, pass mir ein bisschen soya. Ich verstehe es nicht. Leute machen Apokolips-Jokes, wie es nicht morgen gibt. Zu früh. Okay, ich bin alle jokt. Jetzt was? Schau dich an. Gib mir Zeug. Ich... viel mehr Zeug. Oh, shit. Get down, get down. Hey, I'm not complaining. I betcha not. We done here? We got on the floor to check, man. Check for what? I ain't seen a clicker in weeks. Because we're thorough, we're gonna keep being thorough. What the? Fuck. Warum hat der eine das überlebt? Das ist er wohl. Ja. Behind you. Oh, wow. Oh, Jesus. Joel? We're dead, asshole! Come on. Joel, guys, you're right! I have to manage his policiero, Georgewegen. das ist jetzt mal... … Wir sind in vier次. Ja, 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 ja. Wow, das ist eine Sackgasse. Wo sind die alle? Oh, man. Durchsuchen wir einfach die Räume. Die werden schon auftauchen. Okay. 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 Here we go. Okay. Auch eine Sackgasse. Ohne Zeug. Türen sind verriegelt. Hm. Schauen wir mal kurz. Kann man nicht aufmachen, okay. Ja, ich hatte gehofft es reicht noch. Hat aber nicht gereicht. Ah, das ist groß besser. Molli sind voll. Hey, what the hell? So, jetzt aber oder? Hm. Hallo. Das ist nur eine Flasche oder? Jetzt suchen wir natürlich erstmal die Räume noch durch. Schublade ist ein bisschen heller. Sieht ein bisschen so aus, als könnten wir die aufmachen. Immer noch nichts zu basteln. Jetzt aber. So. Ja. Hier kamen wir? Ja. Nein. Eher nicht. Nein. Kann ich da wieder hoch? Ich hab überhaupt nicht auf den Boden geachtet. Bin einfach weiter gelaufen. Dann wollte ich doch. Gehen wir mal runter. Lohnt sich also gar nicht, wie es aussieht. Ich bin nicht sicher, ob ich oben fertig war. Ich bin nicht sicher, ob ich oben fertig war. Ich war noch nicht fertig. Hier ist wieder eine Sackgasse. Dann gucken wir mal noch ganz kurz, weil auf der anderen Seite ging es ja auch noch. Da ist noch so ein Fass. Und bauen können wir nichts. Und bauen können wir nichts. Ha. Heilung. Mehr Zeug. Backstein. Backstein. Noch ein Backstein. Ah. Hier geht es weiter nach oben. Okay. Wir können immer noch nicht mehr bauen. Ah. Abwarten. Das sieht nicht gesund aus. Immer noch nichts zum Bauen. Da kommt schon. Da kommt schon. Das ist doch nicht gut. Oh mein Gott. Holy crap. Oh nein. Oh nein. . Ich bin nicht mehr. Du hast mir einsetzen müssen, Mann. Okay. Dann gehen wir. Da geht's. Da geht's. Auf geht's. Ich bin gut. Joel! Ich bin gut! Du bist okay? Nein! Du hast mich schraubt! Ich werde nach unten gehen, okay? Nein! Bleib da! Ich werde nach unten gehen! Ich mache meinen Weg nach dir! Geh nicht, schuldig! Ich versuche es. Holy moly! Erstmal kurz aufzunehmen. Es sieht nicht so aus, als hätten wir hier noch was zu einsammeln. Und dann war es das mit der Folge auch schon wieder. Den überfluteten Keller. Kontrollieren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch wieder ein. Macht's gut! Ciao! Ja! 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 Ja!